Der hat mir Inge gegeben und ein Leberhaus Brot. Der ist nicht älter als Fritz. Ein junger Mann sollte nicht so hier sitzen. Er sollte was lernen, seine Liebste im Arm halten, tanzen gehen. Stattdessen wird er verheizt. Genau wie Fritz. Wie Fritz wohl aussieht, wenn er nach Hause kommt. Wird er überhaupt nach Hause kommen? Heil Hitler, Fahrscheine. Grüß Gott. Heute geht's los. Ich bin eine Studentin. Mein Geist wird gefüttert und ich kann endlich meine Fragen loswerden. Stundenlang lesen und interessante Menschen treffen. Die sehen ja schick aus. Ich muss mir unbedingt auch was Neues besorgen. Hey, du bist die kleine Schwester von Hans, oder? Ja. Hier, hast du fallen lassen. Der gehört mir aber nicht. Mir auch nicht. Aletha, die Ausweise. Steck das mal weg. Komm mit. Heute ist dein erster Tag, oder? Bist du schon aufgeregt? Weißt du, wo deine Kurse sind? Na, ihr beiden? Du bist doch Hans' kleine Schwester, oder? Ja. Und, wo musst du hin? Ich muss zu Professor Surenwirt. Hm, einer von den ganz Charmanten. Ich kann dir gerne den Weg zeigen. Perfekt. Ich muss nämlich los. Bis später. Komm. Danke. Das ist sehr lieb. Ich muss in die Richtung. Ich bin übrigens Alex. Sauffi. Was ist denn? Komm mal kurz mit. Ich muss mit dir reden. Überraschung. 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 Herzlichen Glückwunsch zum 21. Alles gut. Alles gut. Guten Geburtstag. Dankeschön. Ich sag, der ist immer Fiki der. Ich mach Musik ab. So. Oh, was für ein schöner Abend. Der Cola über Bethaniel. Oh, ehrlich. Halt auf dich einfach mal an, ne? Ja. Der Cola ist heiß. Ich bin nicht so gut mit großen Gruppen. Da muss ich mir erst mal dran gewinnen. Was? Erzähl mal, wie läuft sie mit reinziehen. Das ist Alex. Alexander Schmorellen. Seine Mutter war rüsseln. Sie ist schon lange tot. Er und Hans passen wirklich gut zusammen. Mit ihm zieht er wohl nachts um die Häuser. Das ist keine Wunderschmutter. Das ist eine typische Hamburgerin. Frech und lustig. Ich glaube, mit ihr kann man Spaß haben. Und sie hat was mit Hans. Wieder mal die große Liebe, die Arme. Das ist Christoph. Er ist 22 Jahre alt und hat schon zwei Kinder mit seiner Frau Hertha. Was ist denn mit euch? Ich wollte nicht raus. Wir müssen noch eins. Wir müssen noch eins. 23,64. Einer Frau? Ja. Kann man das ja auch in Kilo oder nicht? Wie liegt sich? Ja, das riecht auch. Ja, ist alles schön. Wie muss? Sourfer. Sourfer. Auf dich. Auf dich. Dein Gesatz. Es geht nicht. Dein Gesatz. Es geht nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Stoffa! Ich weiß nicht. Hans, du weißt doch, dass ich das gerne mache. Ja, aber ein Bezugsstand für ein Vervielfältigungsgerät ist eine große Nummer. Du hast Familie. Na gut, aber ich könnte ja auch... Nein, nein, es ist zu gefährlich. Alex und ich machen das. Prost. Du hast dich verändert. Ah ja? Ja. Du siehst irgendwie... männlicher aus. Wann gefällt dir das noch? Ich weiß nicht. Du wirkst... ernsthafter... erwachsener irgendwie. Das macht der Krieg. Das härtet ab. Natürlich gefällst du mir noch. Hm. Puh. Mhh. 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 Unser heutiger Staat aber ist die Diktatur des Bösen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das so? Warum regt ihr euch nicht? Warum duldet ihr, dass diese Gewalte aber Schritt für Schritt offen und im Verborgenen eine Domäne eures Rechts nach der anderen rauben? Kommandiert von Verbrechern und Säufern? Ist euer Geist schon so sehr der Vergewaltigen unterlegen, dass ihr vergesst, dass es nicht nur euer Recht, sondern eure sittliche Pflicht ist, dieses System zu beseitigen? Was machst du hier? Was macht sie hier? Das hast doch du verfasst. Sophie, du kannst mir nicht sein. Das ist das Mutigste. Das ist das Beste, was ich je von dir gelesen habe. Bitte nicht nach Hause. Vergiss es, das mache ich ganz bestimmt nicht. Hans, ich will mitmachen. Das geht aber nicht. Du bist meine kleine Schwester. Zwei Kinder aus einer Familie, das ist zu riskant. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich kann jetzt auch nichts so tun, dass es auch nichts wäre, oder? Das kannst du nicht von mir erwarten. Hans, hier kann ich was tun, hier kann ich helfen. Das kann sich den Kopf kosten. Uns alle. Hans, sie hat doch recht. Wir wollten doch größer werden. Und wem können wir mehr vertrauen als deiner kleinen Schwester? Könnten eine weitere Frau wirklich gut gebrauchen, Hans. Na dann. An die Arbeit. Wir haben zehn Minuten, bis alle rauskommen. Wir haben zehn Minuten, bis alle rauskommen, bis alle rauskommen. Komm, schnell raus hier! Hans! Was? Ich hab noch ein paar. Wie? Ich hab noch welche. Wir haben noch zwei Minuten. Auf die Malustrale! Halt! Stehen bleiben! Mitkommen! Was? Wieso? Ich hab Sie gesehen mit den Flugblättern! Das ist doch lächerlich! Lassen Sie ihn los! Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie kommen jetzt beide mit zum Rektor! Sehr gut! Los! Runter! Deutschland wird kapitulieren. Wenn das passiert, dann hoffe ich, dass die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Heute ist der 4. Mai 1942. Und gleich geht's auf den Zug. Studieren in der Großstadt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und am meisten freue ich mich auf meinen großen Bruder Hans. Es gibt Widerstand. Hier. In München. Bei meiner Uni. Hans, ich will mitmachen! Das geht aber nicht! Ich kann jetzt auch nichts so tun. Das ist auch nichts fair, oder? Wir werden noch mehr Flugblätter drucken. Viele Flugblätter. Damit die Menschen endlich erwachen. Ich würde ein Autos wollen. Wenn wir alle klugen Köpfe im Lande anschreiben, dann können wir was bewegen. Du kannst mir alles sagen. Das weißt du. Irgendjemand war hier drin. Was ist, wenn sie uns schon dicht auf den Fersen sind? Ist es verrückt, jetzt weiterzumachen? Vielen Dank!